Wir beginnen mit der ersten Übung, rudern im Stand, stell dich bitte hüft bis schulterbreit hin, deine Fußspitzen zeigen nach vorne, die Knie sind leicht gebeugt, greif die Griffe des Tubes, so dass deine Handinnenfläche nach oben zeigt, übergreif das Gummiband nochmal, so dass zwischen beiden Griffen ca. zwei Handflächen Platz haben, dann zieh das Gummiband zwischen Brustbein und Bauchnabel zu dir ran und löse auch wieder, beim ranziehen zieh das Gummiband auch gleichzeitig nach außen, versuch hinten deine Schulterblätter zusammen zu bringen, lass den Rücken gerade, deine Knie bleiben immer noch gebeugt, beim ranziehen atme aus, beim lösen wieder einatmen, wiederhol das mehrmals, wir trainieren mit dieser Übung vor allem den oberen Rücken, also die Muskeln zwischen den Schulterblättern, aber auch deine Arme. Wir machen das Ganze im Kraftausdauerbereich, nach ca. 15 bis 25 Wiederholungen, beende die Übung. Wir machen das Ganze im Kraftausdauer. Wir machen das Ganze im Kraftausdauer. Wir machen das Ganze im Kraftausdauer.